Musik Ich bin Ulrich Schwab, ich bin der szenische Produktionsleiter dieser regulärten Produktion für Schloss Halbestein. Die Besonderheiten der Schloss Oberhalbestein sind ja, dass immer die jungen Sänger in einem großen, international ausgeschriebenen Wettbewerb gekürt werden. Musik Als ich die Anfrage erhielt, hier in Halbestein oder in Chur für Halbestein eine Szenierung zu übernehmen, habe ich mir das zuerst natürlich angesehen und war sofort tief beeindruckt und sehr begeistert von diesem herrlichen, atmosphärischen Umfeld. Ich habe den Eindruck, dass Rigoletto in der Rezeptionsgeschichte eigentlich immer sehr unterbewertet worden ist. Wir wollen eine ganz spannende, auch ein bisschen andere Geschichte über diese Vater-Tochter-Beziehung erzählen. Musik Es ist jetzt das erste Mal, dass wir gemeinsam arbeiten und das ist natürlich für jeden Vater ein ganz großes Glück, so intensiv mit einer Tochter arbeiten zu können, was auch so ein bisschen was mit der Geschichte, die wir erzählen, zu tun hat. Also da hängt ganz viel auch Emotionales damit zusammen. Musik 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 Musik